Oft werde ich gefragt, warum haben wir den sogenannten Flip-Dot oben an unseren Anzeigen, statt die LED-Anzeigen. Stopp! Ah, ich erkläre es euch. Ich habe nämlich wirklich tatsächlich Stau gemacht, weil mich das auch wirklich interessiert hatte. Es ist halt so, unsere Firma sagt, okay, wir nehmen die Flip-Dots, weil die nämlich, wenn wir den Motor komplett aus haben, stehen bleiben. Das heißt, wenn der Motor aus ist, dann geht die Anzeige oben nicht weg, sondern sie bleibt stehen. Das hat den Vorteil unter anderem, dass ja, wenn es zum Beispiel Pause ist, dass der Fahrgast sieht, okay, der hat jetzt Pause. Oder wenn jetzt ein Linieziel drin ist, okay, das ist jetzt mal eine nächste Linie 1 zum Beispiel. Bei der LED-Geschichte ist das so, wenn da der Motor ausgemacht wird, nach ungefähr 10, 15 Minuten geht alles komplett aus. Und dann steht da oben auch nichts drin. Und dann geht ihr als Fahrgast hin und fragt den Fahrer, obwohl er vielleicht Pause hat, äh, wo fährt es denn jetzt hin? Ja, das ist der wahre Grund, warum unsere Firma oder einigen anderen Unternehmen vielleicht auch noch auf Flip-Dots sind.